Hallo, ich stehe gerade hier mit Ma und ich freue mich so sehr, die beste Lehrerin von YouTube. Wir sind gerade in Jaffa und wir reden heute ein bisschen deutsch, oder? Ich spreche deutsch, aber ich werde verstehen nichts. Du sprichst sehr schnell. Stimmt, ich muss ein bisschen langsamer sprechen für dich. Wir haben uns eigentlich kennengelernt durch YouTube. Ich habe immer Ma und Videos angeschaut. Gut, gut. Und einmal, bitte? Nein, ich studiere Deutsch alleine. Ich spreche nur ein bisschen Deutsch, aber ich verstehe sehr gut. Du verstehst fast alles, wenn ich langsam spreche? Ja, ja, ich verstehe alles, aber du sprichst sehr schnell. Und wir sind in Jaffa. Das ist eine schöne Stadt. Bellissima in Italien. Und heute, was machen wir hier? Wir gehen heute noch essen. Ja, ich habe Hunger und Lust. Und das? Ja. Viel Hunger und viel Lust. Wir werden heute Fisch essen. Ja. Kalamari, glaube ich. Ja, aber ich... Das schmeckt mir nicht. Kalamari schmeckt mir nicht. Nein. Es schmeckt mir Hummus. Palafen. Ja, ich bin groß. 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 Man sieht ganz toll aus. In live viel besser als in den Videos. Nein, nein. Das ist nicht richtig. Du bist ein Liar. Ein Liebner? Ich? Oh. Ich mache das. Das ist sehr gut. Ich kann nicht bleiben. Glauben. Nein, nein, bleiben. Glauben. Glauben. Ich kann nicht glauben. Glauben. Oh, ich verstehe alles. Und... Und... Now, I will speak to my subscribers. Because you didn't understand anything. But this is Javi. Javi is living here. And he's learning Hebrew. And he has a channel. So you have to go and visit his channel. Because many of you are learning Hebrew with me. He's living here. He's trying, like you, to learn Hebrew. And he gives tips. Very, very nice tips on how to learn Hebrew. And the things that he learns from time to time. It's just exactly like I do with German. I don't teach German. But I'm learning German. And I show you my progress. So Javi is fantastic. And I'm showing my process every day. And I'm getting better and better. Much better. Let's try to speak some Hebrew. Today we just talk a little bit, you know. Yeah. And... My Hebrew is horrible now. Just like Javi. It's like eight years. I don't speak Hebrew. So we should do a Hebrew for beginners, I guess. Yes. I should do it. I should follow your lessons. Oh, good. I love the... Do you love the look? The view? Yeah. So, let's see the lesson of Javi. And I'll teach you very good, Evrit. Yes. Look at it. And... I hope my videos like you. And... See you soon. See you soon. And come to my channel. Don't forget it again. I will teach you Arabic. Learn Arabic with mine. Don't forget it again. See you soon. See you soon. Bye. 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 Bye.